Auf geht's zur Kirwanach Hackenhof von 8. bis 10. August. Am Samstag 8. August ab 19 Uhr mit der Berngauer Wirtshausmusi. Am Sonntag 9. August Mittagstisch ab 11.30 Uhr und ab 14 Uhr großes Menschenkickerturnier sowie Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr spielen die Gschwellbachtaler für den Heimat- und Volkstrachtenverein. Montag 10. August 19 Uhr Stand-up. Unter Auftritt der Plattler Gruppe des Burschenvereins Dashofen. Für das leibliche Wohl wird von der Freiwilligen Feuerwehr Rudenshofen Hackenhof bestens gesorgt.